Für dieses problemorientierte Denken ist es wichtig, seine Lösungsstrategie in Teilschritte zu unterteilen. Wir beobachten, dass viele Kinder und Jugendliche, die haben große Ziele und sie sind oftmals frustriert, wie viele Arbeitsschritte dafür notwendig sind und bei wie vielen Arbeitsschritten man quasi failen kann. Und dann wird dieses große Ziel nicht erreicht, weil man diese Teilschritte oder diese Teilziele komplett aus den Augen gelassen hat. Bevor wir in die Folge starten, haben wir noch einen Hinweis für Sie. Mit der Westermann Akademie bietet Westermann Lehrkräften ein neues Fortbildungsprogramm an. Praxisorientiert, mit aktuellen Themen und interaktiv. Ob vor Ort in einem unserer Medienzentren oder virtuell. Alle Veranstaltungen liefern Ihnen wertvolle Experten-Tipps rund um den Schuleitag und bieten viel Raum für den Austausch. Auf www.westermann.de slash Akademie erfahren Sie mehr über unser Angebot. Wir freuen uns, Sie bei einer unserer Veranstaltungen zu begrüßen. Und nun viel Spaß mit der Doppelstunde und Florian Nuxoll. Herzlich willkommen zur Doppelstunde, dem Podcast für alle, die ein Auge auf die Zukunft des Lernens haben. Mein Name ist Florian Nuxoll und ich bin die Gastgeber. Es ist der 11. des Monats, was bedeutet, dass es wieder Zeit ist, tiefer in die Welt der Schule und Digitalisierung einzutauchen. Auch heute haben wir eine tolle Episode für Sie. Ich spreche mit Caroline Schmidt vom Bundeswettbewerb Künstliche Intelligenz. Einem Wettbewerb, der junge Talente herausfordert, die sich in den Grenzbereichen der Technologie bewegen möchten. Caroline wird heute nicht nur über alles, uns nicht nur alles über den Wettbewerb erzählen, wer teilnehmen sollte, wie man sich anmeldet und was man von der Teilnahme erwarten kann. Sondern wir werden auch über zwei Schlüsselkompetenzen in der, nicht nur in der digitalen Bildung sprechen. Das sogenannte Computational Thinking und die Frustrationstoleranz. Beide sind entscheidend für das erfolgreiche Navigieren in unserer immer komplexer werdenden, digital vernetzten Welt. Sie kennen das sicherlich. Frustration ist in unserer heutigen Zeit ein immer häufiger auftretendes Gefühl. Unsere Schülerinnen und Schüler scheinen immer weniger gut damit umgehen zu können. Wie können wir Ihnen dabei helfen, diese wichtige Fähigkeit zu entwickeln? Wie passt Computational Thinking in dieses Bild? Diese und viele weitere Fragen und hoffentlich auch Antworten erwarten uns in der heutigen Doppelstunde. Also, stammen Sie sich Ihren Kaffee oder was auch immer Sie gerne trinken. Lehnen Sie sich zurück und begleiten Sie uns auf dieser spannenden Reise. Denn es ist Zeit für eine Doppelstunde mit Florian Nuxoll, das bin ich, und heute mit Caroline Schmidt. Caroline, vielleicht kannst du dich erstmal vorstellen für die Personen, die dich noch nicht kennen. Ja, hallo, mein Name ist Caroline Schmidt. Ich leite und organisiere den Bundeswettbewerb Künstliche Intelligenz. Das ist ein Wettbewerb, der sich an SchülerInnen in Deutschland richtet. Und der Wettbewerb findet in diesem Jahr zum fünften Mal statt. Das heißt, wir haben Geburtstag. Und die SchülerInnen sind eingeladen, ihre eigene Projektidee mit den Mitteln der Künstlichen Intelligenz umzusetzen. Das heißt, die SchülerInnen sehen eine Problematik in der Gesellschaft, zum Beispiel eine Situation, in der Behinderte große Probleme haben, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und entwickeln eine intelligente Lösung, also eine intelligente technische Lösung, um dieses Problem zu beheben. Also es handelt sich um einen Kreativwettbewerb, kann man sich so ähnlich vorstellen, auch wie bei Jugend forscht. Man eben seine eigene Idee allein oder im Team umsetzen kann. Das heißt, man muss es auch wirklich umsetzen. Man schreibt nicht also nur ein Konzept, sondern man muss es dann programmieren, bauen. Wie sieht sowas aus? Was für ein Produkt haben Schüler am Ende abgegeben? Also die Produkte, die entstehen, die können ganz vielfältig sein. Es kann eine Benutzeroberfläche sein, also sowas wie zum Beispiel eine Webseite, die man dann besuchen kann. Es kann eine App entstehen. Es kann aber auch ein technisches Gerät entstehen. Also zum Beispiel hat einer der Gewinner einen intelligenten Blindenstock entwickelt. Das heißt, da hat die künstliche Intelligenz, also der Code, hat sozusagen noch ein Gehäuse bekommen. Also es war dann ein Gerät, was man wirklich haptisch anfassen konnte. Und Florian, du fragst, wie diese Idee gestaltet wird oder wie der Ideenfortschritt abläuft. Die Schüler und Schülerinnen haben mehrere Wochen Zeit, ihr Team zu gründen. Wir freuen uns immer, wenn die Schüler nicht nur alleine teilnehmen, sondern sich im Team zusammenstellen, was vielleicht so ein bisschen an ein Start-up ähnelt, wo jede einzelne Person ihre genaue Aufgabe bekommt. Und in diesem Team können sie sich eben eine Idee überlegen, weil ein Projekt, bei dem man künstliche Intelligenz einsetzt, sind die Daten ganz wichtig. Das heißt, wir unterstützen auch diese Teamfindung und weisen die Teilnehmenden auch darauf hin, dass sie sich genau gucken sollen, wo sie ihre Daten herbekommen. Also es gibt Projekte, da kann man Daten selber erheben, aber es gibt auch viele Projekte, da ist man auf bestehende Datensätze angewiesen. Das heißt, in einem Zeitraum der Ideenfindung können die Schüler und Schülerinnen auch einfach erst mal prüfen, welche Daten sind verfügbar und ist ihre Projektidee überhaupt umzusetzen. Und nach diesem Stichdatum der Ideenanmeldung können die Schüler und Schülerinnen dann direkt ans Coden gehen, also quasi ans Umsetzen und an der Kreation ihres Produktes, also sei es eine Webseite oder ein Gerät. Und von der Altersstufe, also du sagtest weiterführende Schule, aber beginnt man da in Klasse 5 oder ist man eher in der Oberstufe? Und ist das was für die Breite oder so eher für, und das ist nicht böse gemeint, als wäre das für die Computer-Nerds in einer Klasse, in einem Jahrgang? Wir hatten früher eine Altersbegrenzung, ich glaube, die war bei 14 Jahren angesetzt und die haben wir rausgenommen. Wir haben gemerkt, dass, also was man können muss, um an diesem Wettbewerb teilzunehmen, ist die Programmierung. Und die Programmierung von künstlichen Intelligenzen laufen in der Regel mit der Programmiersprache Python. Dann haben wir das Problem, dass Python in den allerwenigsten Schulen in Deutschland unterrichtet wird. Das heißt, die Teilnehmenden müssen sich Python selber beigebracht haben. Nun gibt es aber tatsächlich auch schon Schüler und Schülerinnen, die das mit 13 tun. Und die haben uns dann eben auch angeschrieben und gefragt, ob wir nicht die Alters, also ob sie schon teilnehmen dürften, ob wir die Altersgrenze rausnehmen könnten. Und das haben wir in der Tat getan, denn wir wollten möglichst wenig Restriktionen haben. Denn die Hauptrestriktion ist ja eigentlich schon, dass die Schüler und Schülerinnen diese Programmiersprache zum Teil gar nicht erlernen, weil es in der Schule nicht vermittelt wird. Genau, das heißt, man darf teilnehmen ab dem Moment, ab dem man sich die Programmiersprache Python aufgeschaufelt hat. Das ist meistens mit 13 oder 14, denn die Programmiersprache läuft auf Englisch ab. Und das heißt, erstmal müssen die eigentlich die Sprachkompetenzen erworben werden, um dann in die Programmiersprache überzugehen. Florian, du hast mich noch gefragt, ob der Wettbewerb sich eher an die Computer-Nerds richtet. Und da muss man, glaube ich, ganz klar ja sagen. Oder man könnte auch sagen, dass der Wettbewerb an sich ist natürlich eine begabten und bisweilen sogar eine hochbegabten Förderung. Das sehen wir natürlich auch bei den Schüler und Schülerinnen, die sich bewerben. Da kommen viele aus dem Bereich der Begabung. Aber wir sind der Meinung, dass künstliche Intelligenz nicht nur den Begabten und den Hochbegabten zugänglich sein sollte. Das ist ein Bereich, der uns alltäglich über den Weg kommt. Und das heißt, wir haben uns auch Gedanken gemacht, wie wir auch die Breite fördern können. Und genau dafür haben wir einen sehr umfangreichen, ganzheitlichen Online-KI-Kurs entwickelt. Das ist ein kostenfreies Lernangebot, was sich an Individualnutzer und Nutzerinnen richtet, was aber auch im Schulunterricht direkt eingesetzt werden kann. Und wenn ich sage ganzheitlich, was heißt das? Das heißt, in diesem Kurs bieten wir ganz unterschiedliche Möglichkeiten an, sich dem Thema KI zu nähern. Nun möchte nicht jeder programmieren lernen oder nicht jeder fühlt sich in dem Bereich wohl. Und gerade für solche Leute haben wir aber trotzdem Angebote aufgenommen, bei denen man sich mit dem Thema auseinandersetzen kann. Also zum Beispiel, woher kommt eigentlich KI? Also was sind die wissenschaftsgeschichtlichen Aspekte? Und da fangen wir tatsächlich schon in der antiken Philosophie an. Oder wie gehe ich mit KI um? Also welche Anwendungsbereiche gibt es eigentlich für künstliche Intelligenz? Und an welchen Stellen muss ich mir vielleicht selber auch die Frage stellen, ist es noch ethisch gerechtfertigt oder nicht? Und mit diesem Kursmaterial, wie schon gesagt, richten wir uns an die Breite. Da ist tatsächlich für jeden was dabei. Und Schulen, die an diesem Kurs aktiv und dauerhaft teilnehmen, belohnen wir dann auch mit kleinen Preisen, die direkt an die Klasse gehen. Also es sind auch keine Geldpreise und es sind immer Sachpreise, die quasi das Weiterarbeiten motivieren. Genau. Das kann man aber auch so als, diesen Kurs kann man auch als Einstieg nutzen, um sich vielleicht vorzubereiten, um später mal an dem Wettbewerb teilzunehmen. Das heißt, du kannst den Kurs sowohl individuell zu Hause machen, als auch, wenn ich als Lehrkraft jetzt Lust hätte, mit Schülern daran zu arbeiten, würdest du das eher in einer AG sehen? Dass man sagt, ich mache jetzt eine KI-AG und nutze das Material? Oder kann man dann auch sagen, als Informatiklehrer oder als NWT-Lehrer, ich mache das mit meiner ganzen Klasse in der Breite? Das ist so und so möglich. Wir hatten tatsächlich bis zum letzten Jahr waren es weitestgehend AGs, die an dem Kurs teilgenommen haben. Und im Prinzip seit letzten November, als ChatGPT in unser Leben gebrochen ist, werden vermehrt oder nehmen vermehrt ganze Schulklassen, also im Schulunterricht teil an diesem Kurs. Und wir haben tatsächlich auch Ende 2022 direkt darauf reagiert und haben ein Modul eingerichtet, mit dem man innerhalb des Kurses einen virtuellen Klassenraum einrichten kann. Man hat ja immer die Probleme mit dem Datenschutz und mit der Anmeldung bei Jugendlichen, die unter 18 Jahren sind. Und um diese Würde zu nehmen, kann man jetzt eben virtuelle Klassenräume anlegen und direkt im Unterricht starten. Das heißt, der oder die Lehrerin können, regt auch den Fortschritt der Schülerinnen sehen, können die in diesen virtuellen Unterrichtsraum einladen. Und genau damit sind eigentlich viele Hürden beseitigt worden. Und es wird auch tatsächlich sehr häufig eingesetzt, viel mehr im Unterricht jetzt. Caroline, bist du der Meinung, dass KI dann so modulartig in Form eines Kurses, wie ihr ihn anbietet, in die Schule kommen sollte? Oder muss das eigentlich in jedem Fach Thema sein, sodass jeder Fachlehrer weiß, inwiefern KI in seinem Fach bei seinem Inhalten eine Rolle spielt? Auf die Frage möchte ich mit einem Zitat antworten oder mit einer Referenz auf ein Zitat, was tatsächlich schon ein bisschen älter ist. Ich glaube von 2017 oder 2016, als unsere ehemalige Kanzlerin Angela Merkel auf einer deutsch-französischen Digitalkonferenz war. Und sie sagte, das Thema Programmierung oder auch, ich würde es jetzt mal weiterfassen, künstliche Intelligenz, sollte zu den Grundfähigkeiten gehören, die in der Schule vermittelt werden sollen. Sollte eben Mathe und Deutsch, sollte eben nicht gestrichen werden, einfach die Programmierung oder künstliche Intelligenz, erweitere es jetzt mal, künstliche Intelligenz, sollte dazukommen. Und das, finde ich, ist ein sehr schönes Bild, denn wir lernen in der Grundschule das Schreiben und Lesen im Deutschunterricht, aber wir wenden es im Sachunterricht an. Genauso mit der Mathematik, wenn er in Mathe, im Mathematikunterricht und wenden es aber in Physik, Biologie, Chemie an, werden alle jungen Studenten merken, wenn sie ein naturwissenschaftliches Fach im Studium auswählen und dann erschüttert sind, wie viel Mathe darin steckt. Und ich glaube, bei der künstlichen Intelligenz ist es genauso. Es ist so ein gegenwärtiges Thema, was uns auf vielen Ebenen Herausforderungen bringt. Also eine Herausforderung ist jetzt nur die Programmierung und das muss, denke ich, nicht jeder machen. Das muss keine gesellschaftliche Kompetenz sein, aber das reflektierte Denken, das reflektierte Nachdenken darüber, ob eine gewisse Anwendung rechtens ist. Beispiel Gesichtserkennung. Ist es okay, was eine gewisse Anwendung kann, was mein Handy kann? Das sollte auf jeden Fall thematisiert werden und da gehen wir ganz klar über den NWT- oder Informatikunterricht hinaus. Und mit unserem Kurs sprechen wir auch explizit LehrerInnen aus anderen Fächern an. Religion, Ethik, Gemeinschaftskunde. Warum nicht in Deutschunterricht das Thema platzieren? Also ich denke, es findet überall seine Berechtigung, unterrichtet zu werden. Kommen wir nochmal genau auf die Grundschule zurück. Also wir hatten jetzt gerade die IGLU-Studie, da kam raus, dass ein Drittel der Schüler nicht lesen kann oder nicht sinnentnehmend lesen kann in der vierten Klasse. Der ehemalige Verbandsfunktionär Meidinger sagte im Anschluss, wir brauchen weniger in der Grundschule, aber davon mehr. Wenn jetzt KI noch als Thema dazukommt, wäre das ja ein zusätzlicher Punkt. Gut, glaubst du, dass es trotzdem sein muss oder wie kann man das dann machen, dass man KI schon in der Grundschule ganz konkret vermittelt? Also ich glaube, das Thema KI in seiner vollen Gänse, ich glaube, aus meiner persönlichen Meinung braucht man das noch nicht in der Grundschule zu thematisieren. Aber man kann die Grundsteine dafür legen. Also man kann das logikorientierte Denken, also das Computational Thinking anregen und dafür braucht man auch gar nicht zwingend Computer. Es gibt genügend Spiele, es gibt kleine analoge Labyrinth-Spiele, in dem einfach diese Denkweise, die später natürlich zum Beispiel in der Programmierung angewendet wird, die kann man natürlich in der Grundschule schon vermitteln. Und ich glaube, das klassische Beispiel für eine Programmierung oder wenn man es sehr, sehr runterbricht, ist ein Wenn-oder-Gedanke. Und diesen Wenn-oder-Gedanken, den haben wir schon, wenn wir eine Entscheidung treffen müssen. Also das heißt, es ist ja auch eine gewisse Logik, die da drinnen versteckt ist. Und ich denke, die Form des Denkens kann man sehr wohl schon in der Grundschule vermitteln. Und man kann auch reflektiertes Denken, Nachfragen in der Grundschule vermitteln. Weil das sind mit Sicherheit die Grundlagen, mit denen man sich dann in der weiterführenden, oder auf die man dann in der weiterführenden Schule aufbauen kann. Und was man auch nicht vergessen darf, auch unsere jungen Kinder kommen schon sehr früh mit künstlicher Intelligenz in Berührung. Wenn man in die vierte Klasse reinschaut und fragt, wer benutzt YouTube, wer kennt sich mit Sprachassistenten aus, wer benutzt Siri, Alexa und Co., dann sind das in der Regel mehr als die Hälfte der Kinder. Und all die sind der künstlichen Intelligenz schon ausgesetzt. Das heißt, die müssen natürlich noch nie wissen, wie man das programmiert oder wie das dahin kommt. Aber die müssen sehr wohl schon verstehen können, was eine gewisse Aktion oder eine Freigabe von Daten für eine Konsequenz haben wird. Und ich denke, das darf die Grundschule vermitteln. Ich habe gerade am Wochenende eine Facharbeit von einem Schüler gelesen, der als Produkt in seinem Seminarkurs eine Webseite programmiert hat zum Thema Stolpersteine in Tübingen. Und er hat dann auch ein bisschen beschrieben diesen Prozess. Und ich kann es jetzt nicht genau im Wortlaut wiedergeben, aber er sagte im Endeffekt, was ihm so Spaß gemacht hat, ist Probleme zu lösen. Also er hat es programmiert und er sagt, die erste Programmierung ging relativ schnell, aber dann hat alles nicht funktioniert. Und er musste fast wie ein Detektiv auf der Suche sein nach den Punkten, wo es hakt. Und dann musste er Lösungen dafür finden. Und das fand er so spannend und auch sehr befriedigend, am Ende ein funktionierendes Produkt zu haben. Ist das so, was man bei Computational Thinking vermittelt, Schritt für Schritt zu Lösungen für Probleme zu kommen? Oder was versteht man bei Computational Thinking genau? Genau, ich glaube, das ist schon ein sehr schönes Beispiel. Also vielleicht kann man sich, kann man diesen großen Begriff Computational Thinking runterbrechen, dass man ein, man hat ein großes Problem vor sich. Also wir können gerne wieder das Bild des Labyrinths nehmen. Also gibt es ja auch in vielen Kinderheften. Ich habe gerade heute früh einen Labyrinth mit meinem Sohn gerätselt. Man hat einen Startpunkt und man hat einen Zielpunkt. Und die Lösung ist eigentlich, zu dem Ziel zu kommen. Aber an jeder Ecke muss man sich ja neu entscheiden. Also das heißt, dieses große Problem muss runtergebrochen werden in viele kleine Probleme, die logisch aufeinander gebaut werden müssen. Das heißt, diese Logik, die sich dahinter versteckt, impliziert natürlich, wie viele kleine Lösungsschritte ich entwickeln muss. Und wie diese kleinen Lösungsschritte gestaltet sein müssen. Also wenn wir jetzt dieses Labyrinth wieder hernehmen, ich gehe bis zur nächsten Kurve und ich muss entscheiden, gehe ich nach rechts oder gehe ich nach links. Und ich gehe aber nicht einfach, sondern ich muss mir überlegen, was, wenn links die falsche Wahl ist. Ich glaube, dieses logikbasierte Denken, das ist das, was das Computational Thinking ausmacht. Und im Prinzip machen unsere Kinder das schon, wenn sie ein neues Lego-Päckchen aufmachen. Das ist ja auch ein Schritt. Weiße wird da ja eine Lösung angeboten. Oder sie müssen sich, also das ist sehr angeleitet natürlich. Aber ich denke, das ist ungefähr so eine Grundlage. Und ich glaube, das Beispiel, was du gerade genannt hast von dem Schüler, das ist sehr treffend. Und ich denke, das lösungsorientierte Denken, das muss wieder oder noch viel verstärkter eine Kernkompetenz werden. Wir haben das sehr oft in privaten Kreisen, aber auch auf professioneller Ebene erlebt, dass viele Kinder und Jugendliche ein großes Ziel haben. Und dieses Ziel aber nicht erreichen, weil sie diese Zwischenschritte einfach nicht bewältigt bekommen. Also ein Beispiel, also ich denke, das Computational Thinking, dieses problemorientierte Denken, vor allem dieses problemorientierte Denken in Teilschritten, ist eine Kernkompetenz, die wir unbedingt unseren Kindern und Jugendlichen vermitteln wollen. Wir beobachten oft in unserem privaten Umfeld, muss man auch ganz klar sagen, aber eben auch im beruflichen Umfeld, dass diese Kernkompetenz noch nicht stark genug verankert ist. Dieses problemorientierte Denken, für dieses problemorientierte Denken ist es wichtig, seine Lösungsstrategie in Teilschritte zu unterteilen. Wir beobachten, dass viele Kinder und Jugendliche, die haben große Ziele. Ein Beispiel wäre, ich möchte einen Film drehen. Das ist ein sehr großes Ziel. Und sie sind oftmals frustriert, wie viele Arbeitsschritte dafür notwendig sind und bei wie vielen Arbeitsschritten man quasi failen kann. Und dann wird dieses große Ziel nicht erreicht, weil man diese Teilschritte oder diese Teilziele komplett aus den Augen gelassen hat. Und wenn man ein gut trainiertes Computational Thinking verankert hat, würde man vermutlich sehen, aha, ich will einen Film drehen. Das ist meine Hauptaufgabe. Aber ich muss diese Hauptaufgabe oder dieses Hauptziel in Teilschritte unterteilen. Skript schreiben. Ich muss vielleicht ein ausgeleuchtetes Studio-Eck haben. Ich brauche vielleicht ein Kostüm. Und ich muss mir aber auch noch eine Software aneignen, mit der ich zum Beispiel den Schnitt mache. Und wir beobachten ganz oft, dass diese Denke nicht verankert ist. Dass man diese Teilschritte hat, in denen man failen kann, die zu Frustrationen führen. Und im Prinzip müssten die Jugendlichen dorthin kommen, dass sie immer wieder aufstehen, ihr Krönchen gerade rücken und weitergehen. Das heißt, dieses große Problem in die Teilprobleme zu unterteilen und jedes einzelne Problem zu bearbeiten. Also das heißt, wie bei deinem Beispiel, Florian, bei jedem Problem Detektivarbeit betreiben, dieses kleine Problem zu richten, Basis zu setzen und die Pyramide nach oben, Spitze für Spitze, weiterzubauen, um zu diesem großen Ziel zu kommen. Und genau das ist vielleicht sogar auch die größte Hürde bei solchen Kreativwettbewerben wie dem Bundeswettbewerb Künstliche Intelligenz. Vielleicht ist gar nicht unbedingt die größte Hürde die Kenntnis der Programmierung. Ich denke, die größte Hürde ist das Durchhalten, die Projektbearbeitung. Wir sehen tatsächlich, dass sich viele Jugendliche anmelden mit ganz großen Ideen. Und viele geben gar nicht ab, weil sie in der Zwischenzeit, denke ich, dass entweder das Interesse verloren haben oder vielleicht sogar auch einfach die, diesen Teilproblemen nicht standhalten konnten. Und ich denke, die Jugendlichen, die abgegeben haben, die haben einfach ihre Teilprobleme lösen können. Also das heißt, mein Datensatz war unrein oder die Daten haben das gar nicht hergegeben, was ich eigentlich berechnen wollte oder mein Code backt immer wieder oder meine App funktioniert gar nicht auf Android und iOS. Und diese Kompetenzen, die müssen wir einfach schulen. Und wir müssen auch diesen Blick für den Fehlerteufel zusätzlich schulen. Das finde ich wahnsinnig interessant, gerade so, wenn du Frustration ansprichst. Ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren, Jahrzehnten die Frustrationstoleranz von unseren Schülern enorm abgenommen hat. Und ich sage bei Elternabenden immer in der Klasse 5, 6, geben Sie Ihren Schülern oder Ihren Kindern die Möglichkeit, Misserfolge zu haben und mit diesen Misserfolgen dann auch umzugehen. Und dass man in diesem Sinne Computational Thinking und auch dieses KI sehen kann, finde ich ganz spannend. Dass Schüler Durchhaltevermögen lernen, was wahrscheinlich generell bei Projektarbeit der Fall ist, aber eben auch in kleine Schritte aufteilen und dann diese Probleme Schritt für Schritt angehen. Wenn jetzt Lehrkräfte oder Zuhörer sagen, oh, das wäre was für meine Schüler. Wann findet denn der nächste Bundeswettbewerb statt? Wie kann man Schüler darauf? Wenn jetzt Lehrkräfte sagen, ich glaube, ich habe genau Schüler, für die wäre der Bundeswettbewerb KI etwas. Was muss die Lehrkraft machen? Wann geht es immer los? Und was sind die Rahmenbedingungen? Der Wettbewerb startet immer im Frühjahr eines Kalenderjahres. Und dann haben die Jugendlichen in der Regel bis Anfang Juni oder Ende Mai Zeit, ihre Projektidee anzuwenden und eben davor ihr Team zu gründen. Und dann ist erstmal sozusagen die Anmeldung geschlossen. Und dann läuft der Wettbewerb bis zum Herbst weiter und geht im November ins Finale. Das heißt, Frühjahr ist immer wieder eine ganz gute Zeit, um die Ohren und Augen offen zu halten und vielleicht die SchülerInnen zu motivieren. Aber der Kurs ist das ganze Jahr verfügbar. Das heißt, wenn man jetzt den Podcast hört und am liebsten gleich loslegen möchte, dann kann man direkt auf die Webseite www.ki-kurs.org gehen und kann sich den Kurs anschauen, kann seine SchülerInnen vielleicht ein bisschen sensibilisieren, ob sie Interesse hätten, ein eigenes Projekt zu machen in dem Kurs selber. Haben wir sogar ein Projekt von einem ehemaligen Finalisten. Das heißt, begeisterte SchülerInnen können sich einfach schon mal an so einem Projekt sozusagen eine Art Testlauf geben und sich daran ausprobieren und andernfalls dann eben bis zum Frühjahr warten und starten. Super, vielen Dank, dass du heute als Gesprächspartnerin zur Verfügung standst und ich bin gespannt, was bei den nächsten Bundeswettbewerben für Produkte am Ende von den SchülerInnen geliefert werden. Vielen Dank. Danke. Und das ist auch schon das Ende unserer heutigen Doppelstunde. Ich möchte mich herzlich bei meinem heutigen Gast, Caroline Schmidt vom Bundeswettbewerb Künstliche Intelligenz bedanken. Sie hat uns heute spannende Einblicke in die Welt des Wettbewerbs, des Computational Thinking und die Frustrationszollerhands gegeben. Ich hoffe, Sie haben in dieser Episode genauso viele wertvolle Erkenntnisse gewonnen wie ich und fühlen sich dazu inspiriert, über die Rolle der Digitalisierung in der Schule und die Schlüsselkompetenzen, die man dazu braucht, nachzudenken. Vergessen Sie nicht, dass Sie uns jederzeit Feedback zu unseren Episoden geben können. Ihre Gedanken und Ideen sind für uns sehr wertvoll. Schreiben Sie uns also gerne eine E-Mail oder hinterlassen Sie einen Kommentar auf unserer Webseite oder in den sozialen Medien. Denken Sie daran, dass unser Podcast immer am 11. des Monats erscheint, also setzen Sie sich einen Reminder oder abonnieren Sie am besten gleich die Doppelstunde, damit Sie auch die nächste spannende Doppelstunde nicht verpassen. Wer weiß, welches Thema wir als nächstes behandeln werden. Bis dahin bleiben Sie neugierig, offen und vor allem lernbereit. Denn das ist es, was die Doppelstunde ausmacht. Ich bin Florian Nuxoll und dies war Ihre Doppelstunde für den Monat Juli. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020